98% aller Menschen sollen angeblich diesen Trick nicht kennen. Ich kannte ihn vorher, werde ihn hier aber jetzt zeigen und du wirst ihn niemals vergessen und immer anwenden können. Und zwar wusstest du, dass man Prozentrechnungen auch einfach umdrehen kann, so wie in dem Beispiel jetzt hier steht, was ist 28% von 50? Die meisten werden hier einen Taschenrechner benötigen, aber du kannst das auch einfach umdrehen und sagen, was ist 50% von 28? Und 50% ist einfach nur die Hälfte, also 14 und damit ist das Ergebnis 28% von 50 auch 14. Schick das in deine Freunde und folg rein für mehr Fakten.